Hey Leute, lasst uns auf. Wir sind hier in Wien und im Busch, da gibt es irgendwas, was verfluchtet ist. Und ich bin hier auch dabei. Das ist voll verflucht. Ich bin auch dabei, das verflucht, das liegt nach einem echten Tod. Das ist echt. Und da tut eine Kamera uns beobachten. Also bitte macht das nicht nach. Aber für andere Seite. Musst du rausfahren, rechten, dann musst du schauen. Danke. Guten Abend. Heide, ciao. Gehe, Philipp. Digga, weißt du was? Hier feuert irgendwas. Das ist voll, voll, voll gruselig. Digga, schau, sieht sie es? Warte. Au. Schau, sieht sie es? Siehst du jetzt den Feuer? Und vielleicht ist es nicht normal. Hier, beobachtet hier. Hier, an der Kamera. Mein Freund, die Tabu, ist das auch noch, oder? Ja, man, ich mache auch sehr, sehr schau. Ja, man, Leute, das ist zu... Mein Fahrrad? Zu gruselig. Dort. Mein Herz, das ist kaputt. Digga. Digga, sie fragt sich auf dich. Hä? Sie fragt sich. Und Digga, weißt du, wie gruselig es hier ist, dass du es nicht weißt? Digga. Ey, Philipp. Ey, Philipp Lumex. Philipp Lumex. Was siehst du? Feuer, Digga? Oh mein Gott, hier hat es ein Feuer. Leute. Oh mein Gott. Ihr habt schon das Feuer gesehen, oder? Es ist ausgegangen, Leute. Es ist ausgegangen. Nein. Es sind da zwei, es sind zwei, es sind zwei. Es sind zwei, Leute. Oh mein Gott, es sind zwei. Leute, was geht jetzt zu meinen Freund? Schau, wohnen Sie bitte. Bitte geht's weg. Mein Fahrrad ist dort. Mama, Mama. Und das ist einfach zu, zu gruselig. Kommt nicht in der Trellergasse 2C. Also in diesem Haus, das ist bitte verflucht. Aber das ist schön. In diesem Haus, bitte geht's nicht rein. Schaut. In diesem Haus. Wenn es dunkel ist, bitte nicht. Bitte nicht, wenn es dunkel ist, geht's ja rein. In 3 Uhr nachts, bitte nicht. 3 Uhr nachts. Es ist jetzt 3 Uhr nachts. Oh mein Gott, hat uns jemand. Kennst du diese Figur, was so geht? Ja. Wie ist es? Leute, die war da. Ich war das Gesicht, hat mein Gesicht. Leute, ich geh so rein. Ich bin sprachlos. Hey, ich bin sprachlos. Ich bin sprachlos. Warte, kennst du das da? Diese Figur? Ja. Die war glücklich. Die ist dort. Du glaubst ja nie, ne? Ey, Philipp, Philipp Lomex. Philipp Lomex. Mein, das da tut mir schon weh. Das zittet mich ein. Das zittet mich ein. Naja. Digga. Leute, weißt du, wie groß das hier ist? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Soll ich mein Handy ru... Ja. Hier, was ist, Leute? Was ist? Da, da. Hey, hey, hey. Da, 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 da. Aber du hast mich voll geschlagen. Du hast mich voll geschlagen. Da, da, da. Auf den letzten Balkon. Wo? Auf den ersten Balkon, ganz oben. Philipp, auf den ersten Balkon, ist es... Fa, 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 fa. Digo. Papa. 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 Violeta. Nemaj, ti, Jasmina, nemoj zamos daleko. Viti, da suvi, Maimuni. Hau! Hau! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, ich bin auf. Tschüss. Hey! Hey!